Hallihallo, meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Chronicles India. Wir stehen kurz vor dem letzten Kleidungsstück, das wir uns besorgen müssen. Und der Typ hier... So, Helix-Sport soll ich einsetzen. Hä? Helix-Sport Y im Versteck drücken? Ich dachte, so geht das. Wo bin ich denn jetzt? Hier? Ne, hier will ich nicht hin. Ich möchte hier nicht hin. Ja, ich weiß, das ist ein Teil der Offizier... Hallo, rennst du mal bitte? So, äh... Jetzt muss ich nochmal... Helix-Sport. Ich bin so vergesslich. Doch, doch, doch. Oder Dokumente? Handbuch wird das sein, wann? Helix-Sport! Helix-Sport, wo bist du? Ich hab da schon mal nachgeguckt. Ich weiß aber nicht. Helix-Schlag, Helix-Sport. Mit A. Okay. Mit A dann wechseln. Aber im Prinzip war ich schon richtig. Jetzt Y drücken und mit A. So. Sehr schön. So, wo muss ich jetzt hin? Da hinten weiterhin bestimmt, oder? Ne, hier vorne wieder hin. Hä? Aber hier hinten geht's doch auch noch weiter. Achso, da vorne waren ja die... Die Waffen. Die Waffen, die waren da, genau. Wenn ich nicht immer so verpeilt wär. Das ist ja das Ding wieder... Ach nee, das hatte ich ja... Das ging ja nicht einzusammeln. So, weil ich ja schon voll war. Ich war voll, ey. Ich war so voll. So, wo ist er denn jetzt? Hier vorne. Wie komm ich da jetzt rein? Wie komm ich da rein? Von hier her wohl nicht? Nee. Nee. Denn von hier komm ich da nicht rein. Nochmal zurück. Hier kann ich auch nicht hoch, weil hier ja überall diese... spitzen Dinger sind. Wo muss ich denn da jetzt rein, hä? Ach, hier. Hier war das. So. Wie lange hält das jetzt? Ich bin einfach mal ganz unauffällig. Oh, der hat salutiert sogar vor mir. Da muss ich ein ganz wichtiges Tier sein. Ja. Still gestanden. So, sehr schön. Ja, dann leg mal an, dein Zeug. So, jetzt habe ich alles wieder. Okay, finde das Kästchen und den Diamanten. Hui. Du fliege ich hin. Ach, hier vorne ist so der Palme. So, jetzt komme ich hier in den hinteren Bereich. Hm. Die Templer haben ihre Träger hinterlassen. Aber sie ist hevielu gegründet. Ein Räufler? Natürlich. Drei mehr. Bomben, du bist faszinierig. Ich muss sie sich umsetzen, wenn ich die Box und die Diamante zu erreichen möchte. So, konsultieren. Ich denke mal, ich muss hier hoch. Ich muss da lang. Und dann muss ich mich wieder der Seilrutsche da hinten lang gelassen. Unten ist eine Truhe. Da sind ja noch die letzten Pilger. Das muss ich holen, bevor ich da mich hinten irgendwie an die Seilrutsche hänge. Und wartet linken Turms. Also der hier. So. Mal gucken. Ich muss mal kurz gucken, ob meine Aufnahme läuft. Ja. Nur mal so sicher halt umdrehen. Man kann ja nie wissen. Das Räufel könnte in Hand kommen. Ach. Ja. Leck mich am Arsch. Jetzt haben wir ein Gewehr. Halte LB zum Zoom. Drücke RB zum Schießen. Ziele mit R. Setze mit R das Adler rein, wenn du ein Scharfschützengewehr einsetzt, um Gegner aufzuspüren. Ja. Wie geil ist das dann? Aha. Das ist Zoomen. Okay. Kann ich den jetzt von hier einfach platt machen? Oh. Ja, ich bin nicht so gut. Darum spiele ich auch keine Shooter. Bist du tot? Der ist tot. Okay. Suchen wir mal die anderen. Ah, von Ferne sehen die gar nicht so aus. Der ist jetzt hinter der Mauer, ja. Das kommt vor. Ah, das war ein Treffer. So, hier oben ist auch noch einer. Du stehst aber hinter der Säule. Dich werde ich von hier nicht kriegen. Außer du bewegst dich, aber das sieht nicht so aus. So, und hier. Ne. Okay. Huch. Der steht hinter irgendwas. Oder den kann ich gar nicht erschießen, weil es vielleicht nicht mein Ziel ist. Bei dem Spiel weiß ich nie. Da oben ist er. Ich versuche mal. Äh. Das ist aber auch. So. Ha. Kopfschuss. So, drei von vier. Der eine ist da oben. Kann ich hier noch irgendjemanden ausschalten? Mann, warum haben wir das eigentlich nicht von Anfang an gehabt hier? Der da nervt mich ein bisschen, aber der steht alleine da. Das sind Feuer. Das ist Feuer. Das sind Leuchtfeuer. Ja, nur der hinter der Säule da. Ah, der Lärm wird ihn von seiner Position weglocken. Na, dann komm doch mal her. Ja, nicht hinter der Säule stehen jetzt. Komm mal hier vorne hin. Komm mal bitte hier vorne hin. Kommst du hier vorne hin? Oder hier vielleicht in die Mitte? Ah. Ja. Sehr schön. Ja, wie cool ist das denn? Warum bekomme ich das Gewehr erst jetzt? Ich werde Beschwerde einlegen. Okay, die musste ich jetzt wirklich alle vier mit dem Gewehr killen. Ja, geil. Ich bin ja sonst kein Fan von Schusswaffen, aber hier war das gerade echt mal nötig. Schnell in die Blumen. Oder wir können auch. Genau. Da sind wir schnell. Schnell, schnell, schnell. Karte. Karte. Da hinten, da. Da ist noch eine ganze Menge, du. Müssen hier vorne den Pilger nicht vergessen. Wo manchmal ist ja so, man rennt unbeabsichtigt in irgendein... Ich muss erst den Turm säubern. Dann weil du... Damit du den Schüssen ausweichen kannst. Ja, dann will ich gerne nochmal das Gewehr haben. Genau. Ohne Alarm auszulösen. Alle Gegner, alles klar. So, jetzt müssen wir hier erst mal... Da unten. Ja, wie soll ich es denn sonst machen? Ich soll keinen Alarm auslösen? Wie soll ich das machen? Ach, vier soll ich... Es sollen wieder vier Auserwählte hier, ne? Okay, die gucken sich aber gegenseitig an. Wie soll ich das dann machen? Das geht ja dann gar nicht. Außer ich schieße mal kurz hier hin. So, und jetzt... So. Ha. Ja. So, die unterhalten sich auch. Aha. Also hier muss ich gerade mit Taktik vorgehen. Taktakt. Das ist die große Taktik. So. Muss ich erst mal den hier... Ist hier irgendjemand in der Nähe, der das mitkriegen kann? Ne, ne. So. Da, 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 da. Mann! Okay. Nochmal von vorn. So. So. So, dann kriegt das also auch mit. Denn, ja, wie mache ich das? Komm mal ein bisschen hier in die Ecke. Damit der dich da unten nicht sieht. So. Was? Ich denke... Hä? Wie soll ich das machen? Ich denke, ich soll vier eliminieren bloß. Okay. Nochmal denselben hier. So. Eins. Ah. Schieß. So. Zwei. Oder kann ich mir welche aussuchen, jetzt, wo das einfach ist? Warte mal. Wo geht eine andere hin? Da hinten hin? Na, Mann, oh. Hm. Himmel, Arsch und Zwirn. So. So. Das ist jetzt vielleicht nicht die Scharfschützen-Taktik. Die beste, die es gibt, ne? Aber... So. Wenn ich jetzt den da hinten, dann dürfte er doch eigentlich... Hier vorne das nicht mitkriegen, so. Ich hab jetzt vier eliminiert. Aber es hieß ja, ich soll alle... Wachen ausschalten. So, der... So. Und die beiden hier haben noch ein... Problem. Hm, das ist jetzt aber komisch. Hier ist sonst keiner mehr. Ja, fünf von vier steht da jetzt schon. Ich hab schon mehr, als ich muss. Wie mach ich denn das jetzt hier mit den beiden? So. Du bist tot. Du bist gefäßt tot. So. Jetzt die hier noch irgendwie. Wie mach ich das jetzt? Da müsste ich ja... Die beiden hier einmal den ablenken, einmal den ablenken. So. So. Jawohl. So. Aber wir sind schon wieder am folgenden Ende. Ich muss mir diesmal eine Zeit halten. Und ich würde sagen, wir... ...sehen uns in der nächsten Folge. Und das war jetzt mal ein wenig erfrischend mit dem Gewehr. Ne? Etlich mal ein bisschen aus der Entfernung taktieren. Okay. Denn bis dahin. Und wir sehen uns... Ja. Gleich. Morgen. Wieder. In der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.